Ich bin Lena. Mein Nachname ist Krüger. Ich wohne in der Bergstraße. Die Hausnummer ist 48. Die Postleitzahl ist 1 0 1 1 5. Ich lebe in Deutschland. Ich wohne in Berlin. Der Stadtteil heißt Berlin-Mitte. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe am 14. August Geburtstag. Ich habe am 14. August Geburtstag. Ich bin ledig. Ich habe zwei Geschwister. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind. Ich habe eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Sie heißt Jasmin. Sie ist zwei Jahre alt. Sie geht in die Kinderkrippe. Sie geht in die Kinderkrippe. Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich habe viele Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Meine Hobbys sind Tanzen und Malen. Meine Hobbys sind Tanzen und Malen. In meiner Freizeit spiele ich mit meiner Tochter. Ich wohne in der Salzgasse. Ich wohne in der Salzgasse. Ich wohne in der dritten Etage. Ich wohne in der dritten Etage. Die Postleitzahl ist 70176. Die Postleitzahl ist 70176. Meine Telefonnummer ist 0711123. Ich wohne in Stuttgart. Ich wohne in Stuttgart. Stuttgart liegt im Süden von Deutschland. Stuttgart liegt im Süden von Deutschland. Ich komme aus Schweden. Ich komme aus Schweden. Ich lebe in Deutschland. Ich bin seit achtzehn Jahren in Deutschland. Ich bin seit achtzehn Jahren in Deutschland. Ich bin vierzig Jahre alt. Ich bin am ersten Januar 1983 geboren. Ich bin am ersten Januar 1983 geboren. Ich bin geschieden. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Söhne. Ich bin Lehrerin am Gymnasium. Ich bin Lehrerin am Gymnasium. Ich unterrichte Informatik und Schwedisch. Ich unterrichte Informatik und Schwedisch. Ich spreche vier Sprachen. Ich spreche vier Sprachen. Ich spreche schwedisch, englisch, deutsch und finnisch. Seit einem Monat lerne ich japanisch. Seit einem Monat lerne ich japanisch. Mein Name ist Natascha. Mein Familienname ist Malinova. Ich wohne im Waldweg. Ich wohne im Waldweg. Die Hausnummer ist acht. Ich wohne in Steindorf. Ich wohne in Steindorf. Steindorf liegt im Westen von Deutschland. Meine Telefonnummer ist 0159 111 000. Ich bin 16 Jahre alt. Ich lebe seit 14 Jahren in Deutschland. Ich lebe seit 14 Jahren in Deutschland. Meine Familie kommt aus Kasachstan. Meine Familie kommt aus Kasachstan. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ich habe zwei Schwestern. Ich habe zwei Schwestern. Ich habe keine Kinder. Ich bin Schülerin. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die 10. Klasse. Ich spreche Russisch, Deutsch und Englisch. Ich spreche Russisch, Deutsch und Englisch. Ich habe zwei Hobbys. Ich habe zwei Hobbys. Ich tanze Ballett. Ich tanze Ballett. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Seit acht Jahren lerne ich Geige. Ich gehe zur Musikschule. Ich gehe zur Musikschule. Ich bin Michaela. Meine Mutter heißt Ruth. Mein Vater heißt Frank. Sie sind seit 40 Jahren verheiratet. Meine Schwestern heißen Sabine und Alexandra. Meine Schwestern heißen Sabine und Alexandra. Mein Bruder heißt Johann. Meine Cousine heißt Tina. Mein Cousin heißt Ben Luca. Meine Schwester Sabine ist verheiratet. Meine Schwester Sabine ist verheiratet. Sie hat keine Kinder. Meine Schwester Alexandra ist geschieden. Meine Schwester Alexandra ist geschieden. Sie hat einen Sohn. Er heißt Tim. Mein Bruder ist verheiratet. Mein Bruder ist verheiratet. Er hat zwei Töchter und einen Sohn. Er hat zwei Töchter und einen Sohn. Sie heißen Lilly, Thea und Jojo. Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Luis. Wir haben vor fünf Jahren geheiratet. Wir haben uns im Urlaub kennengelernt. Wir haben uns im Urlaub kennengelernt. Wir haben einen Sohn. Wir haben einen Sohn. Er heißt Ole. Ole ist drei Jahre alt. Ole geht in den Kindergarten. Ole geht in den Kindergarten. Ich heiße Magdalenski. Ich wohne in der Hafenstraße 75. Ich wohne in der Hafenstraße 75. Ich wohne in Kiel. Kiel liegt im Norden von Deutschland. Kiel liegt im Norden von Deutschland. Kiel ist eine Stadt in Schleswig-Holstein. Kiel ist eine Stadt in Schleswig-Holstein. Die Postleitzahl ist 24159. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Ich lebe seit zwei Jahren in Deutschland. Ich komme aus Polen. Ich bin 23 Jahre alt. Mein Geburtstag ist der 28. März. Ich bin in Warschau geboren. Ich bin in Warschau geboren. Ich bin ledig. Ich habe drei Geschwister. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Ich studiere an der Universität in Kiel. Ich bin Biologiestudentin. Ich spreche Polnisch, Deutsch und ein bisschen Russisch. Ich habe viele Hobbys. Ich gehe surfen. Ich mache Sport. In meiner Freizeit fahre ich Motorrad. Ich bin Sina. Meine Eltern leben getrennt. Meine Mutter heißt Ulla. Mein Vater heißt Jochen. Ich habe keine Geschwister. Ich bin ein Einzelkind. Ich bin ein Einzelkind. Ich habe eine Tante. Sie heißt Katrin. Mein Onkel heißt Thomas. Sie haben eine Tochter. Das ist meine Cousine. Das ist meine Cousine. Sie heißt Marlene. Marlene und ich sind im gleichen Jahr geboren. Marlene lebt allein. Marlene lebt allein. Sie hat keinen Freund. Sie hat keinen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Wir haben zusammen studiert. Wir haben zusammen studiert. Mein Freund heißt Sören. Er kommt aus Dänemark. Wir erwarten ein Baby. Wir erwarten ein Baby. Im November kommt das Baby zur Welt. Ich bin Jonna. Ich lebe bei meinen Großeltern. Ich lebe bei meinen Großeltern. Wir wohnen in einem Haus. Meine Mutter ist gestorben. Meine Mutter ist gestorben. Meinen Vater kenne ich nicht. Meine Großmutter heißt Elfi. Mein Großvater heißt Jakob. Sie sind schon lange verheiratet. Sie sind schon lange verheiratet. Ich habe einen Bruder. Er lebt in einer anderen Stadt. Er lebt in einer anderen Stadt. Mein Bruder heißt Tobias. Er ist geschieden. Er hat zwei Kinder. Sein Sohn heißt Oliver. Seine Tochter heißt Jenny. Tobias hat eine neue Freundin. Tobias hat eine neue Freundin. Sie heißt Carmen. Carmen ist auch geschieden. Sie hat eine Tochter. Carmens Tochter heißt Mali. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Single. Ich lebe gern allein. Ich lebe gern allein. Ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte keine Kinder haben. Ich bin Lena. Mein Nachname ist Krüger. Ich wohne in der Bergstraße. Ich wohne in der Bergstraße. Die Hausnummer ist 48. Die Hausnummer ist 48. Die Postleitzahl ist 10115. Die Postleitzahl ist 10115. Ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Ich wohne in Berlin. Der Stadtteil heißt Berlin-Mitte. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Berlin liegt im Osten von Deutschland. Ich bin 24 Jahre alt. Ich habe am 14. August Geburtstag. Ich habe am 14. August Geburtstag. Ich bin ledig. Ich habe zwei Geschwister. Ich habe zwei Geschwister. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind. Ich habe eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Sie heißt Jasmin. Jasmin. Sie heißt Jasmin. Sie ist zwei Jahre alt. Sie ist zwei Jahre alt. Sie geht in die Kinderkrippe. Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich habe viele Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Meine Hobbys sind Tanzen und Malen. Meine Hobbys sind Tanzen und Malen. In meiner Freizeit spiele ich mit meiner Tochter. Ich wohne in der Salzgasse. Ich wohne in der Salzgasse. Die Hausnummer ist 1a. Ich wohne in der dritten Etage. Ich wohne in der dritten Etage. Die Postleitzahl ist 70176. Die Postleitzahl ist 70176. Meine Telefonnummer ist 0711123. Ich wohne in Stuttgart. Ich wohne in Stuttgart. Stuttgart liegt im Süden von Deutschland. Stuttgart liegt im Süden von Deutschland. Ich komme aus Schweden. Ich komme aus Schweden. Ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Ich bin seit 18 Jahren in Deutschland. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin am 1. Januar 1983 geboren. Ich bin geschieden. Ich bin geschieden. Ich bin geschieden. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Söhne. Ich bin Lehrerin am Gymnasium. Ich bin Lehrerin am Gymnasium. Ich unterrichte Informatik und Schwedisch. Ich spreche vier Sprachen. Ich spreche Schwedisch, Englisch, Deutsch und Finnisch. Seit einem Monat lerne ich Japanisch. In meiner Freizeit fotografiere ich. Mein Name ist Natascha. Mein Familienname ist Malinova. Ich wohne im Waldweg. Die Hausnummer ist 8. Ich wohne in Steindorf. Ich wohne in Steindorf. Steindorf liegt im Westen von Deutschland. Steindorf liegt im Westen von Deutschland. Meine Telefonnummer ist 0159 111 000. Ich bin 16 Jahre alt. Ich lebe seit 14 Jahren in Deutschland. Meine Familie kommt aus Kasachstan. Meine Familie kommt aus Kasachstan. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ich bin ledig. Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe zwei Schwestern. Ich habe zwei Schwestern. Ich habe am 30. September Geburtstag. Ich habe am 30. September Geburtstag. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Ich bin Schülerin. Ich bin Schülerin. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die 10. Klasse. Ich spreche in die 10. Klasse. Ich spreche Russisch, Deutsch und Englisch. Ich spreche Russisch, Deutsch und Englisch. Ich habe zwei Hobbys. Ich habe zwei Hobbys. Ich tanze Ballett. Ich tanze Ballett. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Seit acht Jahren lerne ich Geige. Ich gehe zur Musikschule. Ich gehe zur Musikschule. Ich bin Michaela. Meine Mutter heißt Ruth. Mein Vater heißt Frank. Sie sind seit 40 Jahren verheiratet. Sie sind seit 40 Jahren verheiratet. Meine Schwestern heißen Sabine und Alexandra. Meine Schwestern heißen Sabine und Alexandra. Mein Bruder heißt Johann. Meine Cousine heißt Tina. Mein Cousin heißt Ben Luca. Meine Schwester Sabine ist verheiratet. Meine Schwester Sabine ist verheiratet. Sie hat keine Kinder. Meine Schwester Alexandra ist geschieden. Meine Schwester Alexandra ist geschieden. Sie hat einen Sohn. Sie hat einen Sohn. Sie hat einen Sohn. Er heißt Tim. Mein Bruder ist verheiratet. Mein Bruder ist verheiratet. Er hat zwei Töchter und einen Sohn. Sie heißen Lilly, Thea und Jojo. Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Luis. Wir haben vor fünf Jahren geheiratet. Wir haben uns im Urlaub kennengelernt. Wir haben einen Sohn. Er heißt Ole. Ole ist drei Jahre alt. Ole geht in den Kindergarten. Ich heiße Magdalenski. Ich wohne in der Hafenstraße 75. Ich wohne in Kiel. Ich wohne in Kiel. Kiel liegt im Norden von Deutschland. Kiel liegt im Norden von Deutschland. Kiel ist eine Stadt in Schleswig-Holstein. Kiel ist eine Stadt in Schleswig-Holstein. Die Postleitzahl ist 24159. Die Postleitzahl ist 24159. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Ich lebe seit zwei Jahren in Deutschland. Ich lebe seit zwei Jahren in Deutschland. Ich komme aus Polen. Ich komme aus Polen. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 23 Jahre alt. Mein Geburtstag ist 28 März. Mein Geburtstag ist 28 März. Mein Geburtstag ist 29aj6. Ich bin in Warschau geboren. Ich bin in Warschau geboren. Ich bin ledig! Ich habe drei Geschwister. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Ich habe keine Kinder. Ich bin Studentin. Ich studiere an der Universität in Kiel. Ich bin Biologiestudentin. Ich spreche Polnisch, Deutsch und ein bisschen Russisch. Ich habe viele Hobbys. Ich gehe surfen. Ich mache Sport. In meiner Freizeit fahre ich Motorrad. Ich bin Sina. Meine Eltern leben getrennt. Meine Eltern leben getrennt. Meine Mutter heißt Ulla. Mein Vater heißt Jochen. Ich habe keine Geschwister. Ich bin ein Einzelkind. Ich bin ein Einzelkind. Ich habe eine Tante. Ich habe eine Tante. Sie heißt Katrin. Mein Onkel heißt Thomas. Sie haben eine Tochter. Sie haben eine Tochter. Das ist meine Cousine. Sie heißt Marlene. Marlene und ich sind im gleichen Jahr geboren. Marlene lebt allein. Marlene lebt allein. Sie hat keinen Freund. Sie hat keinen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Wir haben zusammen studiert. Wir haben zusammen studiert. Mein Freund heißt Sören. Er kommt aus Dänemark. Wir erwarten ein Baby. Wir erwarten ein Baby. Im November kommt das Baby zur Welt. Ich bin Jonna. Ich lebe bei meinen Großeltern. Ich lebe bei meinen Großeltern. Wir wohnen in einem Haus. Wir wohnen in einem Haus. Meine Mutter ist gestorben. Mein Vater kenne ich nicht. Mein Vater kenne ich nicht. Ich lebe bei meinen Großeltern. Meine Großmutter heißt Elfi. Mein Großvater heißt Jakob. Sie sind schon lange verheiratet. Sie sind schon lange verheiratet. Ich habe einen Bruder. Er lebt in einer anderen Stadt. Mein Bruder heißt Tobias. Er ist geschieden. Er ist geschieden. Er hat zwei Kinder. Sein Sohn heißt Oliver. Seine Tochter heißt Jenny. Tobias hat eine neue Freundin. Tobias hat eine neue Freundin. Sie heißt Carmen. Carmen ist auch geschieden. Carmen ist auch geschieden. Sie hat eine Tochter. Carmens Tochter heißt Mali. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Single. Ich lebe gern allein. Ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte meine Kinder haben. Ich bin 하나.